Ich bin voll boff, ey. Ich hab so viele Mittagessen. Ich werde recht. Ich werde echt beschissen. Wo hat die die Klamotten jetzt, Herr? Hier macht ein doofer Kehn-Cosplay. Hier wird nichts geschehen. Sieht so aus, als würde uns nur der gefährliche Weg außen herum bleiben. Ja, das ist ja was ganz Neues, Herr. Wo denn jetzt der die Fachel her? Oh Gott, das ist mir alles hier viel zu viel. Ich brauche einen Stuhl. Ja, dann habe ich jetzt einen Stuhl raus. Oder ist das hier einer, der hier steht? Ja. Jetzt kürzen wir die. Ja. Dann wird sie zu einem echten Prinzen. Ich wünschte, ich könnte so viel essen, wie ich gerade kotzen möchte. Was? Bei den dreien. Hier ist eine verrundete Wappenträgerin. Jetzt das. Ey, geil, jetzt schon. Boah, jetzt gehen schon wieder Götter mit uns. Ey, das können wir doch auch. Weißt du doch noch? Ja. Diese Worte, was bedeuten sie? Was? Was ist passiert? Ja. Die Mutterseele hat durch euch gesprochen. Es ist ein Wunder. Ich will nicht später warten, glaube ich. Wir sind sauer im Gucken oder was? Ja. so dann war klein wirklich wir waren wieder auf 1 zu läuft sie verputzt sich aus so musst du dir vorstellen wie andere das war einmal ein so friedlicher ort ich kam als junge akkolyt zu meditieren warum machen jetzt alle diese quest ja der ist damit drei und vier drei vier fünf wo bist du hin ich verpügel zwerge die sind sogar gleich aus die spastik sind genau gleich arm ich werde mich beraten der vivek ist böse und wir müssen ihn umbringen der sieht genauso mit dämen behindert aus er ist irgendwie zu klein und viel zu muskulös ich bin voll boff ich habe zu viel mittag gegessen ich muss gar nicht was der anfänger hier an die haben keine klasse die sehen von armen und minderwert sehen die wahrscheinlich auch im wahren leben auch im gegensatz zu uns ach wieso wir sind uns doch gegenseitig voll aus dem gesicht geschnitten haben unsere charaktere genau nach unserem ebenbild geschaffen ja genau ich reite auch mit dem wolf der reportet schon wieder eh was sind das viele stufen eh da kommt ein nackter typ runtergesprungen wie wird dann nicht mal ich wette der ist böse wir müssen jetzt schon wieder was ist das denn jetzt sieht komisch aus ist das kratus oder das kann man es ist das pepsi man irgendwie hat gerade die erde gewebt als hat gemacht was ja ich so recht gespannt werde ich an meinem kuchen vergreifen der dann ist natürlich der erste da kommt direkt der nächste muss noch mit dem blauen typen reden ne scheiße weil seine konkubinen oder was wie heißt das wie heißt das noch mal ich war ja wieder klar was denn das für ein kostüm hast du dir extra so eine montur gemacht oder was nein ich habe nur meine montur abgestellten das ist klar weil ich in der abschritte er hat nicht ich habe keine Ahnung zu machen da kommt neuer der geht Die müssen da sein. Der Hund sah voll schockiert aus. Wer, der Hund? Ja. Der Typ scheint das voll zu genießen, ey. Ja. Wir wurden als neue NPCs eingestellt. Wie gefallen bei euch? Sowas machen NPCs, oder? Ja, ja. Wir kriegen immer ein großes Publikum hier. Die sollen ein bisschen Geld rüberlassen. Da will sich einer mit mir duellieren. Wer ist denn das? Der mit Level 4 oder der mit Level 5? Nein, nicht. Er ist Motte der Borreuer. Ja, Level 4. Ich glaube, der macht mich fertig, oder? Der macht mich fertig, oder? Ja, jetzt soll der dir auch mal einen Schaden machen. Ja, es geht mir, Babe. Ich bin mal fertig. Die sind auch alles zum Video. Ja, ich bin mal fertig. Ich bin nicht fertig, oder? mir, Alter. Jetzt sitzt du so nah neben mir. Da war halt kein anderer Platz mehr. Ja genau, du hast nur die ganze rechte Seite vor dem Ding, du fettes Scheiß. Der guckt nicht so, als wüsstest du nicht, worum es geht, ey. Der dreht sich so nach rechts, hä, was? Da ist kein Platz noch. Was wohl falsche Augendimensionen kann das sein, ey? Ich glaub, so dick bist du nicht, dein Charakter. Weil wann das war einer für ein Kamikaze-Typ, ey? Ich glaub, das muss auch auf YouTube, Daniel, dann wird der blamiert fürs Leben. Ja. Nein. Der ist ganz schön groß, wer ist das denn? Was sind das alles für Anfänger, ey? Komm, wir fordern mal ein paar von denen heraus. Nein, komm. Ich hab jetzt mit der Glatze geredet. Ja. Ich muss schön sitzen, Daniel. Okay. Wieso, mit nem Stuhl? Wieso, ich bade mal mit nem Stuhl. Ja, dann glaub ich dir sogar ein. Ich kann von hier aus den Schrank durchführen. Jetzt hab ich den rausgeholt. Dann hab ich den langen Arm. Den langen Arm des Wings. Oh Gott. Er ist tot. Ich wusste. Ich wollte Zauertot zu machen. Jetzt bin ich hier. Das hat's gebrannt. Toll. Das war ne Abkürzung. Ich bin hier. Das war's. Ich bin hier. Das war's. Ich bin hier. Ich bin hier. Untertitelung des ZDF, 2020